Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Alexander Volkanovski hat ein ausführliches Interview gegeben und zwar bei dem Kanal von Israel Adesanya. Dort hat er einiges rausgehauen zu dem Kampf gegen Islam Makhachev, welcher jetzt kommen wird. Darüber sprechen wir in diesem Video. Lasst ein Like und Abo da, wenn es euch gefällt. Und schaut bei ESN vorbei, Freunde. Es können drei Gewinner geben. Auf meinem Instagram suche ich mir aus. Sie kriegen von mir ein explizites Paket von meinen eigenen Sachen zugeschickt. Und vier Produkte könnt ihr kaufen. Das fünfte kriegt ihr dann gratis obendrauf. Und ab einem Bestellwert von 100 Euro noch eine gratis Chipsbox ebenfalls mit dazu. Gegen Makhachev, der sich in letzter Zeit als einer der dominantesten Athleten in der Gewichtsklasse bis 155 Pfund erwiesen hat. Und den Champion Uli Veda wirklich wie sonst was aussehen hat, wird er noch eine große Aufgabe vor sich haben. Der Nummer 1 Pound for Pound gegen den Nummer 2 Pound for Pound. Also die besten Fighter gewichtsübergreifend in der UFC werden gegeneinander antreten. Alexander Volkanovski sieht großen Vorteil gegen Islam Makhachev. Volkanovski gab jetzt das Interview ab und sagt zwar, er gibt zu, dass Makhachevs Grappling ein großes Problem ist, mit dem er zu kämpfen haben wird, glaubt aber, dass Makhachev viel mehr mit seinen eigenen Fähigkeiten zu kämpfen haben wird. Und dass Makhachev er die Person ist, die sich halt hier die Sorgen machen muss und die wirklich Bedenken haben soll. Die Probleme, die ich ihm in diesem Kampf bereiten kann, sind so verdammt vielschichtig, sagt der Volkanovski. Das ist es ja. Die Leute sagen, das, das und das. Ich habe nur eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Seine Stärke und seine Größe? Nein, darüber mache ich mir keine Gedanken. Es ist das Grappling. Es ist ziemlich offensichtlich, was er tun will. Er will mit mir grappeln. Er hat viel mehr Dinge, über die er sich Sorgen machen muss. Ich sage ja nicht, dass sein Striking schlecht ist, aber er ist sehr kalkuliert. Er ist geduldig. Er macht Dinge sehr gut, die seinem Game wirklich gut tun. Aber wenn es um Probleme in einem Kampf geht, hat er eine Menge Probleme, mit denen er umgehen muss. Ich habe ein großes Problem. Ein großes Problem. Und das ist sein Grappling. Mehr ist es nicht. Aber Vorbereitung ist alles. Ich bereite mich vor. Ich tue, was getan werden muss. In diesem Camp sind wir deutlich über uns hinausgewachsen. Deshalb bin ich auch so selbstbewusst, was den Kampf gegen Islam Makhachev angeht. Wir haben ja gesehen, er hat in Thailand trainiert mit ebenfalls tschetschenischen UFC-Fightern. Er hat sich dort mit dem Grappling vorbereitet. Hat dort ordentlich Gas gegeben. Dementsprechend ist Volkanovski selbstbewusst, gegen einen Islam anzutreten. Er sagt, Islam hat nur sein Grappling. Ich denke, Islam Striking wird hart unterschätzt. Aber das werden wir in diesem Kampf sehen. Es wird ultra interessant. Und ich freue mich mega auf dieses Pay-Per-View-Event. Schreibt mir auch mal dazu doch mal gerne in die Kommentare, was denkt ihr über diesen Fight? Wer gewinnt? Was sagt ihr zu Volkanovskis Aussagen? Dass Islam sich mehr Gedanken um die Probleme, die er ihm bereiten kann, machen wird, als andersherum. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei No Time in May.